Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guard präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir im Quest-Bereich haben und zwar einmal unter Quest Shadowlands und dann finden wir hier das Achievement Bollwerk-Bolide und für dieses müssen wir die Worldquest-Renntag in den Bollwerken 10 Mal abschließen. Und da müsst ihr mal so ein bisschen aufmerksam sein, wann denn die Worldquest da ist. Die ist nämlich einigermaßen selten tatsächlich und zwar haben wir die hier in Raven Dress auf den Koordinaten 40, 47 und ja, relativ in der Nähe, auch in den Flugpunkt zum Glück, können wir direkt hinfliegen, dann hier kurz hochlaufen und dann müssen wir nämlich hier mit einem Typen sprechen, den hier und wenn wir das machen, dann sind wir in so einem komischen Karren und mit diesem Karren müssen wir jetzt gegen den anderen Kollegen hier ein Rennen gewinnen. Und da ist es so, dass wir diese Stiefel einsammeln müssen, so ein bisschen Mario Kart mäßig, um schneller zu werden und dann dementsprechend hier am besten die Lachen nicht mitnehmen. Eben war ich einen Ticken zu schnell unterwegs, da habe ich alle Stiefel mitgenommen, habe übelst abgespeedet und bin dann über das Ziel hinaus geschossen. Das wollen wir jetzt nicht mehr machen, jetzt habe ich nur, ähm, habe ich mal einen Stiefel ausgelassen und jetzt schauen wir mal, dass wir nicht zu schnell sind. So, und, nein, 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 uh, okay, gerade noch geschafft, zack und in Schiefel haben wir auch ein Geheimstier an der Stelle. Zehnmal haben wir es insgesamt abgeschlossen und ja, das war es eigentlich, was ihr großartig beachten müsst. Es gibt zwei, drei Erfolge, die genauso wie der hier gemünzt sind, unter anderem das mit dem Sonnenschirm, habe ich ja euch auch schon gezeigt, wo die World Quest ist, die müsst ihr halt auch zehnmal abschließen. Hier gibt es aber leider kein Toy, so ein Rennkarren wäre schon ganz cool gewesen, als Toy gibt es leider nicht, aber wenigstens zehn Etiefelpunkte und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video und ich auch zum Ende von dem kleinen Exkursion hier, wo ich immer gucken muss, ist die World Quest da, ist sie nicht da und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal, äh, ciao! Bis zum nächsten Mal, äh, ciao!